Es hängt mit einem Kasamatsu Dreifachdreher an, hat aber zu viel Rotation nach hinten gehabt, konnte es nicht retten, wo es dabei den Sturz in Kauf geht. Man muss den Sturz in Kauf nehmen, den Eindruck anzulösen. Ich habe es auch sehr über den Sturz auszugeben, was man in den letzten Tags in der Kasse anzuspringen. Und was die Sache ist, kann man sich schnell etwas unterreden. Und man sollte uns schon überlegen, dass es möglich ist, bis in die Hand weiterredet, sondern mit der Hand und der Kasse zu werden. Und wenn man alles geht, kann man damit zu viel Energie. Das erste Mal hier, das sind 20 Jahre. Ich bin jetzt gut, als ganz nahe, über uns zu weit fliegen. 13,16 für den ersten Sprung. Ich würde das rausrollen. Ich stoße jetzt noch ein 13. Penalty, weil er rausgerollt ist. Aber auch für ihn geht jetzt den zweiten Sprung noch zu schauen. Gut zu machen. Nachher mit dem Juschenko zweieinhalb Drehungen. Der Ronde am Fliegelstagsalte gestreckt mit zweieinhalb Längsachsen Drehungen. Der Ball am Ende gesetzt nicht wirklich zufrieden heute mit diesem Sprung. Aber klar, mit dem ersten. Das ist dann einfach noch schwierig, so einen schönen guten zweiten zu machen. Ich habe noch nicht ganz einen Abdruck getroffen auf dem Sprungtisch. Da fehlt ein bisschen Höhe. Ja. 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 13,48 dabei. Ja. Ja.